Ich bin Matthias Stottmann, bin 18 Jahre alt, komme aus Bramsche, mache eine Ausbildung als Baugräteführer. Im ersten Lehrjahr ist eigentlich der Hauptbestandteil, dass man hier in der Werkstatt ist. Und im zweiten Lehrjahr kommt das dann so, dass du auf die Baustelle kommst, auf die Maschinen. Also ich bin hauptsächlich jetzt im ersten Lehrjahr in einer PKW-Abteilung und das ist halt immer verschieden, was man dann für Autos hier reinkriegt, was man halt für Aufträger dann in dem Moment hat. Auf jeden Fall sind hier alle Leute für einen da, das ist auf jeden Fall top. Jeder hat eigentlich ein offenes Ohr für jeden und man lernt halt viel, sehr viel. Bei Dallmann kannte ich halt von meiner Schule halt früher schon und dann halt auch von meinem Kumpel und ja, hat mir halt Spaß gemacht und dann habe ich halt die Ausbildung angefangen. Auf jeden Fall Geduld, man muss auf jeden Fall was tun wollen und ja, ich arbeite gerne bei Dallmann, weil hier die Arbeitsbelegen immer für einen da sind und ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Ja? No джatellhi Ich will so mich auf kann ich